Der erste Spieler Komm, komm zu mir. Schöne, kein Drive oder Slice. Aber ein Charakter zum Start. Vorhand, komm. Ausschwung mit dem ganzen Körper. Bravo, Vorhand. Nicht zu viel Handgelenke. Und jetzt. Richtig. Noch ein bisschen Kraft zum Schluss. Lass das zweimal aufspringen. Und weiter. Noch einmal Drive, genau. Und noch einmal. Becken. Das auch Gegenwind gibt es ein bisschen. Und Becken, noch einmal. Guter Drive. Vorhand. Zu viel Handgelenke spielt. Trotzdem, der Wawa war gut. Letzter Kraftvorgang heute. Genau. Gut, nicht zu viel Handgelenke. Handgelenke ist ruhiger als Bravo. Ausschwung ist nicht zu groß. Ausschwung ist wieder zu groß. Genau. Reduzierst du und auch die Handgelenkearbeit zum Reduzieren. Komm. Bravo, weiter. Und noch einmal. Bravo, weiter. Weiter. Nicht fest. Nicht zu fest. Das ist eigentlich nicht so wichtig. Ausatmen ein bisschen und locker. Aber nicht zu locker. Ja, auch wichtig. Schön. Wirklich. Wenn dein Handgelenk ist zu locker, dann kannst du die Schläge nicht kontrollieren. Es gibt ein gewisser Fehler. Das war wieder eine... Das ist ganz wichtig. Wir treffen. Danke dir. Becken. Vorhand kommt. Leichter ausholen. Schön war das. Schade war ins Netz gekommen. Und noch einmal. Aber ich habe wenig Zeit leider. Kopfchen aus dem Handgelenk. Ich werde das auch sehen können. Zu viel Kippen beim Slice, aber war nicht schlecht. Und ruhig ausschwingen. Genau. Auch gut. Grundstellung. Schläge in beide Hand. Schade. Ok. Tenzo, nicht noch letzte vier Bälle. Wenn du... Komm, komm, komm. Ja. Mach zu viel Handgelenkarbeit. Du wirst das sehen. Noch eine. Noch eine Serie. Öffnen. Vorhand. Macht nichts. Wir können wiederholen. Es muss nicht das Ding sein. Du wirst sehen, so viel Kippenbewegung ist dabei. Danke. Wirklicher. Wirklicher. Gezent deer. Dämlich. Dein Wirklicher. Scheisse, nehmn.